Bei Vollas Azubi zu sein heißt, Spaß haben, Verantwortung haben und stetig dich weiterzubilden. Ich bin Lars, mache eine Ausbildung zur Fachkraftverhafenlogistik bei der Firma Vollas. Vollas ist in Europa vertreten und wir an Stadtort Hamburg, wo ich meine Lehre mache, haben wir eine sehr große Logistik für Kaffee und Kakao. Wir haben Lagerhallen, wo Kaffeesäcke eingelagert werden, auch lose Ware eingelagert werden. Und das, was wir einlagern, trinkt ihr. Ich mache hauptsächlich Einlagerungen, Auslagerungen. Ich habe sehr viel mit Kaffee und Kakao zu tun. Kakao haben wir hauptsächlich Ulk, wird hauptsächlich mit einem Radlader verladen oder wir schütten manchmal auch Container und dann wird das in ein Förderband gepackt. Das Besondere ist eigentlich, dir wird sehr viel Vertrauen gezeigt. Du arbeitest mit der Kundenware. Du musst gucken, dass nichts kaputt geht, nichts beschädigt ist, keine feuchte Ware hast, keine wirklichen Befall. Was für mich auch sehr besonders war, sind die großen Maschinen. Man kann Scheine machen, sowas wie Staplerschein, Großgeräte scheinen, sowas wie Reetstacker, Mafi, Radlader, sodass man einfach sicher über die öffentliche Straße kommt. Vorlass hat mich sehr verändert, teamfähig bin ich geworden. Man ist mehr mit Menschen in Kontakt, man kann mehr reden mit den Leuten, man ist offener geworden zu den Leuten, auch zu den Vorarbeitern. Das Besondere an Vorlass ist die Arbeitsmoral hier. Es macht einfach Spaß. Wir sind alle sehr teamfähig, wir helfen selber untereinander. Die Arbeitskollegen sind nett. Du kommst morgens schon in die Firma, dich grinst der Erste an. Dann kommst du einfach gerne zur Arbeit. Wenn ihr die Ausbildung beginnt, seid glücklich, habt einfach Spaß, macht eure Arbeit und dann wird das schon. Willkommen bei Vollers. Wir freuen uns auf dich.